Das eigene Haus ist für viele ein Traum. Der Weg dorthin ist allerdings oft steinig. Mit dem richtigen Partner an seiner Seite lässt sich der Traum viel leichter erfüllen. Vom Haustraum zum Traumhaus. Das hat sich Golob Imo aus Lustenau auf die Fahne geschrieben. Golob Imo bietet für Häuslbauer den Komplett-Service an. Wir können einem Kunde ein Rundum-Komplett-Service bieten, wenn er es möchte, bis zum Einzug mit der Rasenansage, mit der Gartenanlage, mit dem Haus Schlüsselfertig bis zur Küche. Können aber auch, wenn er bestimmte Eigenleistungen bringen möchte, sagen wir bieten ihm das Haus genauso an, wie er das möchte. Darum haben wir ein normaler Schlüsselfertigpaket, wo der Kunde sagt, ich komme zu euch, wir machen das Ganze zum Fixpreis. Ich habe auch einen Ansprechpartner und habe auch zeitlich nach der Zeitfenster, wenn das Ganze fertig ist. Mit der Erfahrung von über 1.000 Häusern hat Golob Imo auch die Entwicklung des Marktes in Vorarlberg hautnah miterlebt. Damals ist der Markt dann ganz ein anderer gewesen. Damals sind von Interessenten, was gekauft worden sind, haben von 10 Jahren 8 Jahre Grundstück gehabt. Und heute ist der Markt eigentlich noch umgekehrt. Heute haben von 10 Jahren 8 Jahre kein Grundstück gehabt. Das war das Zinsniveau damals ein komplett anderes. Wir haben damals Zinser in der Finanzierung von 8 bis 10 Prozent ungefähr, wo man es heute eigentlich nicht vorstellen kann. Sonst glaube ich auf die Zukunft da nicht, dass die Preise nach wie vor stiegen werden, speziell auch in unserer Region. Das heißt, es ist ein Wohnbedarf da. Durch das muss ich bauen und durch Angebot und Nachfrage entwickelt sich der Preis und der Rito weiterhin stiegen, wenn die Wirtschaft brummt. Für die Umsetzung neuer Bauprojekte ist Golob Imo ständig auf der Suche nach Grundstücken in ganz Vorarlberg. Der Grundstücksverkauf an Golob Imo bietet für Verkäuferinnen und Verkäufer einige Vorteile. Wenn einer sieht, ich verkaufe ein Grundstück, was rundum passiert ist, ist mir grundsätzlich egal. Dem kommt oft ein Bieterverfahren zum Einsatz. Das heißt, das heißt einfach der höchstmögliche Preis, was erzielt wird. Und ist natürlich im Interesse von einem Verkäufer, das ist ganz klar. Wenn ich aber selber den Herbert wohnen oder wenn ich die Nachbarliegenschaften nicht entwerten möchte, ist dann ein Thema, das nicht unbedingt eine Wohnanlage oder ein Block angebaut wird auf ein leeres Grundstück. Und dort kommen dann oft wir nachher ins Spiel. Wir sind spezialisiert und sehen uns als Projektentwickler im Einfamilien-, Zweifamilienhaus, Doppelhaus machen. Und dann ist das oft eine ideale Ergänzung, dass ich einen Teil von meiner Liegenschaft verkaufe. Einfamilienhaus, Doppelhaus, das ist alles in Ordnung, das passt als Nachbarschaft, aber ich habe aber keine Wohnanlage. Käuferinnen und Käufer werden am Standort Lustenau bestens beraten und haben von der Planung bis zum Einzug und darüber hinaus einen Ansprechpartner. Ich mache grundsätzlich Erstberatungen, denn schauen wir einfach mal an, was stellt sich der Kunde vor, was sind die Wünsche, was sind die Vorstellungen. Ich mache dann noch im Nachhinein auch den Entwurf dazu, also je nachdem, was wir besprochen haben, und kalkuliere das Ganze dann noch durch. Das heißt, ich habe eigentlich vom ersten Kontakt, da weiß ich ganz genau, was sie sich vorstellen und weiß genau, was wir kalkulieren. Ja, grundsätzlich bieten wir natürlich einen Service, der uns einzigartig macht. Also wir haben da wirklich ein tolles Muskelhaus da zu lusten an. Wir haben Bemusterungen vor Ort. Das ist ein ganz großer Vorteil, dass ich nicht irgendwo reinfahren muss, dass man die Sachen aussuchen, sondern einen Ansprechpartner direkt vor Ort. Das heißt, man kann einfach, egal ob es zum Bodenblatt der Erdarbeiten geht oder wirklich um Sachen vom Haus, kann man sich an uns wenden und das ist einfach echt ein Riesenvorteil. Diese umfassende Betreuung und Beratung wird von den Kundinnen und Kunden sehr geschätzt. Ja, wir sind ein paar durchgegangen und es ist schlussendlich doch ein heimisches Produkt hier. Und was uns gefällt, das ist doch auch regional, wenn einmal etwas wäre. Du musst nicht immer fliegen nachher oder sonst irgendwo. Ja, also das Behördengeschichte betrifft, bin ich wahnsinnig froh, dass wir das nicht selber machen müssen. Also das ist ja, gerade mit den Gewässern, dann und hin und her, das hat ja, da hätten wir keine Chance. Da müsste man sich ja ein halbes Jahr bis Jahr warten oder sonst was. Ob ein Grundstück zum Verkauf steht oder die Entscheidung zum Hausbau gefallen ist, Golub Imo steht für faire Abwicklung und Handschlagqualität.